600 Meter erstes Rennen am Renntag um den Preis von Europa ist gestartet. Und an der Innenseite Lassac erwischte den besten Start. Er fiel wie in Baden-Baden nicht wirklich gut auf die Beine gekommen. Folgt da zunächst einmal am Ende des Feldes. Lassac also führt vor außen Septimus Servus. Dahinter ist das Wonderful Eagle als drittes Pferd. An der Innenseite Tünnis. Dahinter sehen wir Marassim vor Neruas. Und er fielt nach dem schwachen Start am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter bei nicht allzu schneller Fahrt. Außen Septimus Servus in Lassac. Das die ersten beiden. Dahinter Wonderful Eagle. Mit innen davon Tünnis. Dahinter Marassim mit Neruas. Und dann ist es R4. Ausgangs der Gegenseite geht es weiter in Richtung des langgezogenen Schlussbogens. Vorne zeigt Lassac den Weg. Führt vor Septimus Servus in zweiter Position. Tünnis innen vor Wonderful Eagle. Marassim dort doch sehr eifrig in den Händen von Eddie Pedrosa. Neruas innen. Und dahinter ist es dann Erfield. Jetzt wird es gleich den Sprint geben über die letzten 600 Meter. Die lange Kölner Zielgerade ist in diesem Moment erreicht. Lassac hat die Pole Position führt vor Septimus Servus. Außen Marassim versucht Boden gut zu machen. Tünnis innen so ein bisschen eingebaut. Erfield dahinter. Wonderful Eagle. Der kann wieder nicht wirklich zulegen. Und dann ist es Neruas. Lassac ist aber zunächst einmal weg. Miki Kadehdu hat das ganz clever gemacht dort. Das Tempo war langsam. Und jetzt springt er hier richtig weg. Lassac vor Tünnis dahinter. Marassim Erfield kommt überhaupt nicht in die Entscheidung. Vorne ist es Lassac und da kommt im Leben keiner mehr ran. Lassac für den Stalintec. Das passt ja in ihrem eigenen Rennen. Souverän und das sieht richtig, richtig gut aus. Lassac gewinnt gegen Tünnis. Dahinter ist es dann eng. Außen vielleicht Erfield so gerade noch vor Marassim. Dann war es Septimus Servus von Neruas und Wonderful Eagle. Das ist ja auch schon.